Die Gemeinde zum zweiten Mal schon begehen wir in der KfB im Juniartag. Wie schon im letzten Jahr hält uns die Corona-Pandemie in Atem und da bremst wir uns aus, je nach dem, was wir beruflich machen, wie wir familiär oder anders hier eingebunden sind. Einige kennen persönlich Menschen, die ein Corona-Erkrankt haben oder sind und an den Folgen verbleiben oder auch Menschen, die in die Sorge, in die Kranken eingebunden sind. Gott sei Dank sind viele schon geimpft. In der Welt seid ihr im Bedrängnis, aber habt Mut, sagt Jesus in deinen Abschiebsten. Ja, Mut brauchten die Jünger und Jüngerinnen, wenn du in Jesus unterwegs warst, zu ihm standen. Schließlich stand ihm die Todessprache bevor. Und auch die ersten Christen und Christinnen waren in Gefahr, wenn sie nicht zu ihm bekannten. Seine Botschaft, dass Gott unbedingt auf den Seiten aller Menschen steht. Bei manchen Mächten ein Dorn im Auge. Und in den letzten Stunden deines Lebens lässt Jesus, seine Jünger und Jüngerinnen, noch einmal tief in dein Herz hinein blicken. Sie kennen das vielleicht, wenn absehbar ist, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, jede Minute des Zusammensans kostbar ist. Dann kann es verstehen, dass man sich tief im Innersten begegnet. In der Hospizbegleitung erledigt aber auch persönlich. Ich erinnere mich an die letzten Worte, die meine Mutter mir wieder auf den Weg gegeben hat. Mein Vater, die miteinander noch besprochen haben. Mein Großvater, der bei den letzten Besuch sagte, aber im Gebet bleiben wir verrunden. Wie gut, wenn solche letzten Gespräche Mut machen, den eigenen Lebensweg, eine Perspektive schenken, aber sogar auch darüber hinaus. Jesus gibt seinen Jüngern und Jüngern solch eine Perspektive. Und er sagt an einer anderen Stelle etwas vor dem Evangelium, das wir grün gehört haben. Die sehr schönsten Worte, wie ich finde. Ich habe euch Freunde, wir sagen auch Freundinnen, genannt. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus war kein spiritueller Geheimniskeimer. Er hatte Freunde und Freundinnen, mit denen er über das sprach, was ihn selber bewegte. Er sprach über sich und sein Leben, teilte mit ihnen das, was er mit Gott verband, mit dem er sich im Innersten verbunden wusste. Und er nutzt sie ein, in seiner Gottesfreundschaft teilzuhaben. Er sagt, denn der Vater selbst liebt euch. Das griechische Wort Philei, das versteht, meint Liebe in diesem tiefen, freundschaftlichen Sinn. Sie muss hier es auch nicht stellvertretend für sie beim Vater einflicken, sondern sie selber sind eingeladen, diese tiefe Gottesbeziehung auch für sich zu leben. Verbunden mit Christus, sind sie verbunden mit Gott. Und auch wir können uns immer mehr, immer tiefer mit Christus verbinden, indem wir uns von ihm mitnehmen lassen, auf seinem geistlichen Weg, den er gegangen ist. Er zeigt uns, den Menschsein an der Hand Gottes gelingen kann. Mir selber hilft es immer mehr, mich im Lesen der Bibel, in der Meditation, wirklich auf dieses Menschsein Jesu einzulassen. Sich an ihn als Menschen daran zu passen. Am Beginn seines öffentlichen Auftretens steht seine Taufe. Wie viele andere macht Jesus sich zu diesem begnadeten Prediger auf den Weg, Johannes, der zur Umkehr aufruft, weil er glaubt, Gott wird bald zum Bericht erscheinen. Der Heilige Geist ist manchmal über Verraschung und gut. Jesus macht eine Erfahrung, die so ganz anders ist. Die Evangelisten beschreiben es in dem Bild so. Der Himmel öffnet sich und der Heilige Geist kommt wie eine Zauber auf Jesus herab. Gott spricht in deinem Herz. Du bist mein geliebter Sohn. Und diese Zusage trägt ihn durch alle Stürme des Lebens. Das ist das, was auch heute jedem Teufel hinzugesprochen wird. Du bist Gottes geliebter Sohn. Du bist Gottes geliebte Tochter. Und ein zweites offenbart sich Jesus in der Taufe. Gottes Geist erfüllt sein Herz. Und Geist, in der hebräischen Ruhe, spricht die Bibel auch in der Schöpfungsgeschichte. Gott formt den Menschen, das Erde vom Ackerboden, kennt das alle. Dann heißt es, erhaut ihm deinen Boden, deinen Atem ein. Das gleiche Wort, nur, was auch Geist heißt. Es gibt diesen göttlichen Funken in einem jeden, einer jeden von uns. Männer und Frauen sind geschaffen als Gottes Ebenbild. Als Ebenbild, dem Bild, so wie wir von Königin oder von unserem Bundespräsidenten Bilder bringen haben, in den öffentlichen Räumen sagen, wir sind Repräsentanten Gottes in dieser Welt. Wir sind von Gott ins Dasein geliebt und er hat uns seine Welt anvertraut. Diese Bürde kann uns keiner nehmen, kann keiner dem Anderen nehmen. Da sind alle Menschen gleich, egal welcher Sprache, welcher sozialen Herkunft, welcher sexuellen Orientierung, welcher ratlichen Herkunft, was auch immer der Unterschiede verstellen. Das steckt uns sozusagen nicht in. Wir haben auf dem Altar eine Königin stehen. Vielleicht haben einige sich schon etwas bewundert, sie steht sonst nicht da. Das ist eine der fast mehr als hundert Königinnen, die der Gier von Wald Knoblauch gestaltet hat. Und es geht ihm darum, diese Könige und Königinnen in die Welt hinaus zu senden, zu den Menschen, die am Rande stehen, denen nicht die Würde zugesprochen werden, die ihnen eigentlich zukommt. Und er schreibt, die Würde kann dir keiner nehmen. Du bist ein Königskind, eine Königin, ein König, ein Geschenk Gottes an die Welt. Und diese Königin ist aus einem Stück Holz geschnitzt, mit Ecken und Kanten, fest verbotet in der Erde, mit einer Krone, die nicht nachträglich aufgesetzt ist, sondern auch die Krone ist aus dem gleichen Stück Holz. Die Würde des Menschen ist nicht aufgesetzt, sondern das, was einem jeden Menschen vom Himmel mitgegeben ist. Im Zeilen heißt es, du Gott hast uns Menschen mit Würde begrünt. Und so können wir im guten Sinne königlich im Geiste Jesu, die uns anvertraute Welt, gestalten. Dasein, die Menschen, die uns anvertraut sind, je nachdem, wohin unsere Berufung uns gestellt hat. Die Apostelin Junia hat ihre Berufung getraut. Die Paulus, der auch Jesus persönlich nicht bekannt hat, musste sich von Christus berufen, seine Botschaft von Liebe und Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit in die Welt zu tragen. Sie hat öffentlich, freilütig, wie Paulus gepredigt, eine Gemeinde gegründet, ist dafür sogar ins Gefängnis gegangen. Ich weiß nicht, wie weit mein Mut reichen würde. Die Gemeinde und Paulus haben ihre Berufung angenommen und sie gewürgt. Paulus nennt sie sogar herausragend unter den Aposteln. Johannes Chrysostomus und die und der Nachkristusbischöfe in Konstantinopel sagte noch von ihr, ein Apostel zu sein ist etwas Großes, aber berühmt unter den Aposteln. Bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Freiheit, die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig gefunden wurde. Wie gut wäre es, wenn auch heute in unserer Kirche die Berufung von Frauen zur öffentlichen Frieden und auch ihre Berufung zur Diakonin, zur Priesterin offiziell geprüft würde. Dass der Mut der Männer, die die Entscheidung nun zu treffen haben, reicht dann. Es gibt sie ja, auch Priester und Diakonin, selbst Bischöpter, die sich in persönlichen Gesprächen zu erkennen. Ja, es wäre gut, gäbe es Diakonin, gäbe es Bisterein. Wäre im Sinne Jesu, es wäre gut für die Kirche. Beim ersten Ausbildungsbüß für Frauen, die sich zur Diakonin berufen fühlen, in unserer Kirche, doch hier als Begleiterin, geistige Begleiterin, drei Jahre ihres Weges mitgehen. Ich habe es damals getan, in der Überzeugung, dass es nur gut sein kann, zu prüfen, zu schauen, miteinander, ist das, was wir da tun, im Sinne Jesu, dient es der Kirche. Mutig waren alle, die mitgemacht haben, und Personen, Professorinnen, um Männer im kirchlichen Dienst, die zum Teil um ihr Obstatt fürchten oder auch um ihre kirchliche Anstände. Das ist jetzt, 20 Jahre später, bei dem Kurs im Dezember neue begonnen hat, nicht mehr so. Es bewegt sich also was. Manchmal muss man dadurch und sich Dinge einfach auch trauen. Auch das kann heißen, sich zu Christus zu bekennen. Auch um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums und unserer Kirche willen. Wie viele Gebete zum Heiligen Geist, haupt es nur noch, ist diejenige, die Entscheidungsgewalt in unserer Kirche haben, sich trauen, die Würde der Frauen in der Kirche als Gottes beliebte Töchter auch in der Berufung zu allen Diensten und Ämtern anzunehmen. Anhalte geben auch an der Macht. Gott hat uns mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, dass wir als Erben und Erben in Seines Reiches geisterfüllt und mutig eintreten für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt und in unserer Kirche, weil für uns lieb und teuer ist. Jede und jeder mit in die eigenen Parismat, in die eigene Begabung, in eigenen Möglichkeiten. Möge der Heilige Geist, der Mutbringer, kräftig danken. Amen.